Also haben bloß du, dein Vater und der Butler hier gelebt, richtig? Ich hatte auch noch eine kleine Schwester. Ihr Name war Evi. Sie will, dass ich die Wahrheit weiß. Ich bin nah dran. Ich muss wissen, wer es war. Wer hat dir das angetan? Ich bin nah dran. Untertitelung des ZDF, 2020